Der umstrittene Partysong Laila soll nicht auf der anstehenden Düsseldorfer Kirmes mit bis zu 4 Millionen Besuchern gespielt werden. Eine entsprechende Entscheidung haben die Veranstalter vom Schützenverein St. Sebastianus getroffen. Ich bin der Meinung, dass dieses Lied überall hingehört, nur nicht auf unseren Festplatz, sagte Schützenchef Lothar Inden. Zuvor hatte die Stadt Düsseldorf wegen Laila bei den Veranstaltern vorgesprochen. Nachdem die Schützen zugesagt hätten, dass das Lied in Festzelten und Fahrgeschäften unterbunden werden soll, habe man von Seiten der Stadt keinen Anlass für ein Verbot gesehen, so eine Sprecherin. Man habe als Verwaltung dafür aber auch keine Rechtsgrundlage gesehen. Schützenchef Inden sagte, er habe das Lied vorher nicht gekannt und sich dann mit dem Inhalt beschäftigt. Der Text entspreche in keiner Weise den Gepflogenheiten seines Traditionsvereins. In dem Ballermann-Hit von DJ Robin und Schürze zur Zeit auf Platz 1 der deutschen Charts heißt es unter anderem Ich habe einen Puff und meine Puff-Mama heißt Laila. Sie ist schöner, junger, geiler. Die schöne Laila, die geile Laila, das Luder Laila, unsere Laila. Zu Wochenbeginn war bekannt geworden, dass Laila auf dem Würzburger Kiliani-Volksfest auf Drängen der Stadt nicht gespielt werden darf. Nun legt auch der deutsche Radiosender Schlagerradio noch eins drauf. Er verbannt den Song ins Nachtprogramm. Senderchef Oliver Dunck sagte zu BILD, Seit Wochen erhalten wir überdurchschnittlich viele Anrufe und E-Mails von Hörern zu diesem Song. Sie setzen sich dafür ein, dass wir den nicht spielen. Vulgärworte wie Puff, Luder und Geiler werden mittlerweile als sehr sexistisch und abstoßend empfunden. Das bestätigt auch unsere Marktforschung, die wir ständig aktuell halten.